Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum heute hier vor Ort, aber auch im Livestream, sehr geehrte Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, liebe Podiumsteilnehmer, liebe Frau Herles, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Partnerinstitutionen und Gremienvertreter. Wir freuen uns, dass Sie heute so zahlreich dabei sind bei unserer Veranstaltung und begrüßen Sie ganz herzlich oder ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Bundesstiftung Aufarbeitung zu der Veranstaltung 70 Jahre danach. Zeitzeugen erinnern sich an den 17. Juni in unserer Reihe Zeitzeugenperspektiven. Wir haben schon im Vorfeld viele E-Mails bekommen mit Fragen und schließen daraus, dass es also ein sehr positives Interesse am Volksaufstand des 17. Junis 1953 gibt und möchten dieses Thema heute eben in unserer Veranstaltung setzen. Die Vorbereitungen zum 70. Jahrestag nehmen deutlich Fahrt auf und wir liegen mit unserer Podiumsdiskussion heute etwas zeitlich vor dem Programm rund um das Datum selber. Also vielleicht ein kleiner Auftakt. Andererseits ist die Stiftung schon seit geraumer Zeit mit dem Thema beschäftigt und eigentlich mittendrin. Unser Arbeitsschwerpunkt für 2022-23 lautet ja auch Protest und Aufstände gegen autoritäre Systeme und Diktaturen und soll zu einer Auseinandersetzung sowohl mit dem frühen Widerstand in der SBZ und DDR anregen, sowie die Aufstände in Ost-Mitteleuropa gegen kommunistische Regime in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fokussieren. Ebenso wollen wir auch Diskussionen über die Militärdiktaturen in Lateinamerika anregen und die Perspektive auch vergleichend nach Westeuropa richten. Welche Formen und Ausmaße hatten die Erhebungen, gegen wen richteten sie sich und welche Forderungen wurden gestellt? Das sind wichtige Fragen, die nachgegangen werden sollen. Dabei regen wir an, einen Bezug in die Gegenwart zu unternehmen und zum Beispiel auch eine Brücke zu schlagen zum arabischen Frühling oder aktuelle Proteste wie im Iran einzubeziehen. Allerdings sind die strukturellen Voraussetzungen sowie die Ziele immer sehr unterschiedlich und müssen natürlich auch sozusagen differenziert werden. Und trotzdem kann es, was Kernforderungen angeht, wie die zentralen Forderungen nach Freiheits- und Menschenrechten, auch verbindende Elemente geben und die gerade für die jüngere Generation auch einen Moment der Anknüpfung dann darstellen. Um aktuelle Konflikte zu verstehen in Osteuropa, den Krieg gegen die Ukraine, ist es aus unserer Sicht sowieso unabdingbar, sich mit der Zeitgeschichte der Jüngsten und der Transformations-, Co-Transformationsgeschichte auseinanderzusetzen. Der 17. Juni bildet mit dem Jahrestag, dem 70. einen willkommenen Motor, um die Beschäftigung mit Protesten und Aufständen zu befördern. Eine Vielzahl an Angeboten, Veranstaltungen, Ausstellungen führen wir selber schon durch, werden sie durchführen oder gemeinsam mit unseren Partnern aus der Projektförderung. Es zeichnet sich ein breites Interesse am Volksaufstand des 17. Junis ab. Einige planen und führen schon seit dem letzten Jahr Veranstaltungen durch, zum Beispiel Lehrerfortbildungen, wo wir gerne auch die Auseinandersetzungen im Unterricht mit diesem Datum implementieren möchten. Warum ist es so wichtig, dass sich unsere Gesellschaft und besonders die Jüngeren heute noch mit dem 17. Juni beschäftigen, auch in erinnerungskultureller Perspektive? Ein paar Fragen gibt es, Antworten gibt es dann vielleicht auch auf dem Podium später noch dazu. Ich möchte ein, zwei Bemerkungen noch anschließen aus unserer Sicht. Erstens ist die Geschichte der beiden deutschen Staaten ohne die Phase des frühen Widerstands und des 17. Junis als der einzigen landesweiten Erhebung vor der friedlichen Revolution 1989 nicht zu verstehen. Der Volksaufstand offenbarte zweitens die wirtschaftlichen und sozialen Probleme in der vom Stalinismus geprägten DDR der frühen 50er Jahre ebenso wie die fehlenden politischen Freiheitsrechte. Der Aufstand bildete drittens den Anfang einer ganzen Reihe von Protesten in Ungarn, der GSSR natürlich in Polen und vielleicht auch nicht in direkter Folge, aber doch unter dem Eindruck der frühen Aufstände zu den Umbrüchen von 1989, 90 dann hinführten. Ja, es gibt auch heute noch viele Gedenksteine, Tafeln und Orte, an denen bundesweit an den Volksaufstand erinnert wird und die zur Beschäftigung, gerade auch im regionalen Kontext anregen, einen guten Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung bieten. In der Bundesrepublik fand da sehr früh eine breite erinnerungskulturelle Rezeption zum 17. Juni statt. Schnell wurden Straßen nach dem 17. Juni benannt, Gedenkorte und ein Feiertag eingeführt. Anders in der DDR, die Diffamierung des Aufstandes als ein faschistischer Putsch von westlicher Seite aus initiiert, bestimmte die Erinnerung auf der anderen Seite der Mauer, wenn man überhaupt dann von einer Erinnerung damit sprechen kann, weil das ganze Thema ja eher aus dem öffentlichen Bewusstsein rausgehalten werden sollte. Diese Erinnerung an den Aufstand, an die Geschichten wachzuhalten, ist auch Ziel bei uns im Zeitzeugenbüro, was bei der Bundesstiftung Aufarbeitung angesiedelt ist. Und wir sind in der glücklichen Situation, dass es noch einige Zeitzeugen gibt, die den Aufstand als Jugendliche selbst miterlebt haben. Diese Erinnerung einerseits festzuhalten und in der Öffentlichkeit auch zu teilen, so wie wir das heute tun, ist ein Ziel dieser Veranstaltung heute. Darum möchte ich mich nicht nur beim Team schulische Bildung bedanken, die das Ganze heute hier wunderbar vorbereitet haben, sondern auch bei Herrn Dittmar und Herrn Töpfer, die keine Mühen gescheut haben, heute mit uns ins Gespräch zu kommen. Die Moderation der Veranstaltung wird freundlicherweise von Dr. Henrik Bisping übernommen. Er ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv und beschäftigt sich mit der deutsch-deutschen Teilungsgeschichte, Flucht und Ausreise, dem Bildungssystem in der DDR, sowie auch den Aufständen im Ostblock. Und ja, er hat schon zahlreiche Lehrveranstaltungen für Studierende durchgeführt zur DDR-Geschichte und engagiert sich auch als Vorsitzender des Fördervereins der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde. Und damit gebe ich jetzt den Staffelstab über und wir können dann direkt in die Diskussion einsteigen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Katharina Hochmuth, für die freundliche Begrüßung und Einführung. Wir sind jetzt genau 32 Tage, einen Monat und einen Tag entfernt vom 70. Jahrestag des Volks... 70. 70. Genau, das Volksaufstand vom 17. Juni. Frau Hochmuth hat das ja schon charakterisiert als einsteigendes, bedeutendes Ereignis für die Geschichte der DDR und für die deutsch-deutsche Geschichte und auch für die Geschichte des kommunistischen Ostblocks insgesamt. Ich will kurz was zum Ablauf sagen. Wir werden hier erst ungefähr eine Dreiviertelstunde hier auf dem Podium sprechen und danach möchte ich das Gespräch auch ins Publikum öffnen und zwar sowohl in das, was hier vor Ort ist, als auch über diesen Bildschirm, der hier steht, auf mögliche Fragen eingehen, die von den Leuten gestellt werden, die das Ganze eben jetzt im Livestream am Bildschirm zu Hause verfolgen. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, stelle ich Ihnen aber zuerst unsere Gäste vor. Das ist direkt zu meiner Linken, Manfred Dittmar. Manfred Dittmar wurde 1934 geboren, wuchs in Berlin auf und begann 1952 ein Chemiestudium an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er war zum Zeitpunkt des Aufstands 18 Jahre, fast 19 Jahre alt. Er arbeitete dann nach seinem Studium vor allem als Übersetzer für Russisch und Englisch, zuletzt beim Fremdsprachendienst der DDR-Intertext. Und nach der Friedlichen Revolution hatte er noch eine ganz andere berufliche Station, nämlich er war tätig da, wo ich jetzt tätig bin, nämlich in der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen bis 1997. Seitdem lebt Herr Dittmar als Rentner in Berlin. In der Mitte oder links neben Herrn Dittmar sitzt Günther Töpfer. Günther Töpfer wurde 1941 in Magdeburg geboren, ist aber aufgewachsen in Jena. Dort hat er den Aufstand als Schüler erlebt. Er studierte an der Hochschule für Bauwesen und Architektur in Weimar. Und kurz nach dem Mauerbau hat er den Entschluss gefasst, aus der DDR zu fliehen. Der Plan wurde aber verraten. Und Herr Töpfer kam in Untersuchungshaft der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen, später auch in Rummelsburg. Nach einigen Wirren und Wendungen konnte er aber sein Studium fortsetzen und war dann lange Zeit als Dozent an der Ingenieurschule für Bauwesen in Berlin tätig. Und nach der Friedlichen Revolution hat sich Herr Töpfer politisch engagiert. Er war neun Jahre für die CDU Abgeordneter im Abgeordnetenhause des Landes Berlin. Und ganz auf der von Ihnen gesehen rechten Seite sitzt Dr. Udo Grashoff. Udo Grashoff ist Historiker, ist wie ich Nachgeborener, hat den 17. Juni also nicht selbst erlebt, aber hat dazu geforscht. Unter anderem diese Publikation in der Bundesstiftung Aufarbeitung von ihm zum Volksaufstand ist erschienen. Er hat aber breit im Bereich der Zeitgeschichte geforscht und publiziert, vor 1945, nach 1945 und unter anderem auch eine interessante Studie vorgelegt zum Thema Suizid in der DDR. Und Herr Grashoff ist seit Anfang des Jahres wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Aren-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden und zugleich Privatdozent an der Universität Leipzig. Ja, zunächst interessiert uns natürlich, wie die beiden Zeitzeugen dieses Ereignis erlebt haben. Beide waren noch jung, als das passierte. Und Herr Dittmar, Sie waren, wie gesagt, 18 Jahre alt, studierten an der Humboldt-Universität. Wie haben Sie diesen Tag wahrgenommen? Wie haben Sie das erlebt, was hier in Berlin am 17. Juni 1953 los war? Nun, ich habe ja die Vorgeschichte erlebt, mit verschiedenen Maßnahmen gegen die jungen Gemeinde zum Beispiel und so weiter. Und da war das für mich also nichts Urplötzliches, was da geschah. Und ich habe das bis wenige Stunden vor dem 17. Juni, also am 16. schon verfolgt und bin deswegen am 17. so etwa gegen 6 Uhr früh in Köpenick auf den Bahnhof gegangen, wollte eine Zeitung kaufen, Neues Deutschland, Berliner Zeitung, das war alles ausverkauft, aber es gab noch den Morgen von der LDPD, also die liberal-demokratische Partei Deutschlands. Und ja, auf der Seite 2, ich habe das dort ausgelegt, da stand da etwas zu den Normen. Aber wenn man das jetzt mit heute vergleicht, absolut ungeschickt. Man hätte ja schreiben können, die Normenfrage ist geklärt oder sonst was. Ne, das steht in kleinen Zeilen, ein kleiner Beitrag. Und der war auch noch relativ schwer lesbar. Und deswegen war also das absolut nicht bekannt, dass die Normerhöhung um 10 Prozent im Prinzip zurückgenommen worden war. Und ich habe auch ausgelegt hier, mein Vater, der in der Friedrichshagener Straße in Köpenick bei der Kodak, später photochemische Werke, gearbeitet hat, der bekam eben am 17. Juni ein Schreiben vom 15., dass im Betrieb die Normen um 8,6 Prozent oder so was erhöht werden. Ja, das war also schon nach der Aufhebung, kam eben verspätet diese Mitteilung. Eine Nachricht in einem Heft oder in einem Buch, dass am 17. Juni von diesem Betrieb Leute demonstrieren gegangen waren, die ist natürlich falsch. Es sind bei der Kodak alle drin geblieben. Ja, und am 17. Juni, wie gesagt, früh war ich dann vor einer Friedrichstraße und entgegen den Gewohnheiten stand dort ein russischer Lkw unter der Brücke. Einige Soldaten da sind auf der Ladefläche, andere sollen, und das habe ich nicht gesehen, im Bahnhof gewesen sein. Das heißt, die Besatzungsmacht war schon aktiv am frühen Morgen. Und dann bin ich durch die, damals zu dem Zeitpunkt, am frühen Morgen, 7 Uhr ungefähr, ruhige Friedrichstraße, die Hannover Schützer Hessischen Straße ins Institut und um 8 Uhr hieß es dann alle Genossen in irgendeinem Saal. Das weiß ich natürlich heute nicht mehr, in welchem Saal. Und damit waren die Labors im Prinzip leer. Also alle SED-Mitglieder? Ja, ja. Sie nicht? Nee, ich war nicht in der FDJ, ich war nicht in der SED. Und naja, auf jeden Fall war dann Ruhe. Und es kam auch keiner mehr zurück. Die wurden irgendwie zu Agitationseinsätzen geschickt oder sowas. Das weiß ich allerdings nicht, wie das im Einzelnen dort abgelaufen ist. Und dann kamen die Gerüchte, da ist ein Mann an der Neuen Wache von einem Panzer angefahren worden. Und andere erzählten eben, die Hennigsdorfer kommen durch den französischen Sektor anmarschiert. Das war also eine große Gruppe der Arbeiter aus dem Werk in Hennigsdorf. Da gibt es auch Fotos. Ja, und ich fühlte mich so ziemlich alleine im Institut und bin dann durch die Bernauer Straße. Nee, nicht Bernauer, na, jetzt komme ich nicht drauf. Also Richtung Leerter Bahnhof und in die Straßenbahn. Und ein Straßenbahner hat mich dann umsonst nach Charlottenburg fahren lassen. Und dann habe ich mir ein Fahrrad bei einem mir bekannten Fahrradhändler geliehen und habe meine Verwandtenwohnungen abgefahren. Wer denn da zu Hause ist, das war ja ein Werktag. Ja, und von da an habe ich dann den Rias abgehört, wo dann allerdings ein Schwenk, möchte ich sagen, um 180 Grad erfolgt war. Man rief zur Ruhe auf. Ja, und dann war ich bis ziemlich spät dort. Und dann hatte ich aus diesen Informationen erfahren, wie man eben in den Ostsektor zurückkommt. Und dann über Rudow, habe ich in dem Buch beschrieben, welchen Straßenbahnlinien ich da gefahren bin, bin ich also dann nach Ostberlin zurück. Es war keine Kontrolle an der Grenze. Dann über Adlershof, da musste ich eine Weile stehen, da fuhren russische Truppen mit Pontons witzigerweise in Richtung Berlin. Die Leute, die dort am Bahnhof standen, ich weiß aber jetzt nicht genau, welche Uhrzeit war, ob das schon 21 Uhr war, wo der Befehl eben über den Ausnahmezustand in Kraft getreten ist. Auf jeden Fall bin ich dann die Dörpfeldstraße, ich weiß nicht, wer das kennt hier, durch Adlershof, dann Köpenick und in der Lindenstraße, da war seinerzeit noch eine Post und vor der Post eine Lidfasssäule. Und da klebte gerade einer den Befehl von Generalmajor Dibrova an. Und dann habe ich mir ein Exemplar aushändigen lassen. Und da habe ich auch hier als Kopie hingelegt, aber auch das Original. Also wenige, denke ich mal, haben ein Original des Befehls in ihren Händen. Ja, und durch die Bahnhofstraße in Köpenick dann nach Hause gelaufen. Absolute Ruhe. Ich habe mich so ein bisschen so an den Hauswänden entlang bewegt. Aber man wurde eben von keinem angehalten. Es gab keine Besatzungstruppen zu sehen oder Polizei. Ich war alleine auf der Straße. Ja, und dann die nächste Zeit war ja dann die Sperre nach West-Berlin. Ich weiß, dann konnte man eben nicht mehr nach West-Berlin fahren. Kann ich jetzt nicht genau sagen, wie viele Wochen das war. Ja, aber von dem Ausnahmezustand insofern hat man auch wenig gespürt. Ich konnte also auch am Abend nach 21 Uhr dann mit dem Fahrrad, was weiß ich, nach Wendenschloss oder sonst wo fahren. Es hat sich im Wesentlichen in der Innenstadt abgespielt. Und da ich ja eben in West-Berlin in Charlottenburg war, habe ich unmittelbar nichts gesehen, sondern nur eben diese Nachrichten gehört. Ja. Sie waren also in West-Berlin und sind dann quasi außenrum, also eher durch die Außenbezirke wieder zurückgekommen. Ja, dass in der Innenstadt, dass man da nicht rüberkommen konnte, das war einigermaßen klar. Das war also praktisch am Rande. Die bekannten Bilder mit den Panzern, das haben Sie selber gar nicht sehen, aber die Situation war relativ ruhig eigentlich wahrgenommen in den Abendstunden. Dort, dort, abends um diese Zeit, um 21 Uhr oder so, keine Grenzkontrolle da in Voodoo. Ich weiß nicht, wer das kennt, auf der einen Seite war der Fernsehfunk der DDR und auf der anderen Seite, also hinter dem Bahnhof Adlershof, waren Kasernen. Und da waren die kasernierte Volkspolizei oder was das damals war, die waren dort eingesperrt. Ja. Aber auch später, dass ein MFs war, die in der Fachregime, wo die Mannschaft war. Fach, ja, ja, von der Staatssicherheit dann. Aber das war durch die Spätergewiesensein. Und Herr Töpfer, Sie waren ja nicht in Berlin, Sie waren in Jena. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie das als Elfjähriger, muss man ja sagen, als Schüler miterlebt? Ja. Eigentlich ganz anders. Ich kann also nur bezeugen, den 17. Juni 1990. Das war ein Mittwoch. Ich war ganz normal in der Schule. Ich vermute mal so ungefähr um die neunte Stunde rum kam der Direktor in das Klassenzimmer rein, Tuschelte mit der Lehrerin etwas. Daraufhin hat die Lehrerin uns entlassen und uns beauftragt, auf schnellstem Wege und direkt nach Hause zu gehen und dort auf die Eltern zu warten. Ein Stückchen des Weges hatten wir diese Erinnerung noch im Kopf und dann haben wir uns neu entschieden und das war auch richtig so. Die Entscheidung kam, als ich in meine Wohnstraße einbog, die war gerade frisch umgenannt worden und hieß Stalinstraße. Die Schilder wurden gerade heruntergerissen, nicht abgeschraubt, sondern möglichst schnell und zackig runter und daraufhin wurden wir ganz heiß und schmissen unsere Ranzen zu Hause runter und eilten in die Stadt. Also hatten völlig die Anweisung der Lehrerin vergessen, eilten in die Stadt und in der Stadt erlebte ich nun doch einiges mit, was ganz anders ist, wie Herr Dittmar das für sich erzählen kann. Also ich eilte dann zum Gefängnis in Jena. Das war in der Nähe, falls jemand das kennt, in Krele-Unrein-Schule. Also dieses übliche Gefängnis, wie das aus der Vorkriegszeit übernommen wurde als Amtsgefängnis, da tummelten sich hunderte von Leuten und auf einmal ging der Sturm auf das Gefängnis los. Und ich war dabei, ich hatte aber nicht die Absicht, das Gefängnis zu stürmen, sondern ich war einfach eingeschlossen in der Masse der Leute. Und die Masse der Leute schob von hinten uns gegen das Gefängnistor und das Gefängnistor öffnete sich, wie Sesam öffnete ich, also so ähnlich wie im 15. Jänner 1990 in der Normandenstraße. Also die Innendiensthunden öffneten aus irgendwelchen eigenen Schutzüberlegungen, öffneten das Tor. Ja, und dann war ich nun auf dem Gefängnishof und dann dachte ich mir, na dann musst du dir das Gefängnis mal angucken, man war als Jünger natürlich neugierig gewesen. Daraufhin bin ich dann also hoch. Da war man noch beschäftigt damit, die Zellentüren aufzumachen. Und dann habe ich mir das angeguckt und wie Sie in der Anmoderation gehört haben, hat es ja dann nicht mehr lange gedauert. Und dann habe ich nur noch acht Jahre und dann habe ich selber in einer solchen Zelle gesessen. Nicht in Jena, sondern in der Normandenstraße in Hohenschönhausen und zum Schluss nachher in Rummelsburg. So, also das war die Sache. Nachdem das Gefängnis gestürmt war, war es eigentlich für uns uninteressant. Wir eilten eigentlich weiter. Also wir waren dann, oder ich war dann, Zuschauer bei der Erstürmung der FDJ-Kreisleitung, unbeteiligt, sondern habe nur gestanden und habe gesehen, dass tonnenweise Propagandamaterial aus dem Gebäude herausgeworfen wurde und dass immer mehr sich ansiedelte im Umfeld, wo wir dann den guten Beschluss gefasst haben. Also am Nachmittag, während wir mit dem Handwagen hierher gehen, holen uns das Altpapier und das verkaufen wir in den nächsten Tagen. Da hatten wir noch nicht so weit gedacht, wie die nächsten Tage werden könnten. Dann haben wir nämlich doch ziemlich Angst gehabt, dass wir dieses Propagandamaterial, zwei, drei Fuhren mit dem Handwagen nach Hause geschleppt haben und eben reich werden wollten durch Verkauf von Altmaterial. Und ja, nachdem wir also nun gesehen haben, wie gereinigt wurde die FDJ-Kreisleitung, eilte ich dann noch auf den Hauptmarkt in Jena. Da war die Kreisleitung der FDJ, nein, Entschuldigung, die Kreisleitung der Gewerkschaft in dem Gebäude zur Sonne. Und da schmiss man auch alles heraus, ohne zu gucken, ob da jemand vielleicht im Wege ist. Und man schmiss also horizontal heraus ein Stalin-Bild, was geglast war. Und dieses Stalin-Bild segelte so runter auf die Erde und knallte unmittelbar von mir ungefähr diese Entfernung, wie Sie jetzt hier sehen, auf die Erde des Marktes. Hatte ich ein Glück, dass Stalin nicht mehr über die Birne flog. Ja, eine Frau, also ich empfand die als förmlich hysterisch, trampelte dann auf dem Stalin-Bild herum, zertrampelte das, kreischte irgendetwas, war also für mich damals eingeschätzt und nicht so ganz bei Sinnen, was sie da machte. Ich habe also noch nie so eine tollwütige Frau gesehen, auch später nicht. Und das war dann, sagen wir mal, die dritte Stelle. Und dann bin ich, und das wurde dann gefährlich. Dann, gut, der Sturm aus Gefängnis war auch nicht ganz ungefährlich, aber da war ich ja völlig unbeteiligt, sondern nur geschoben worden. Ja, und das, was ich jetzt sage, das war dann um die Mittagszeit herum. In Berlin war bereits der Ausnahmezustand zu Mittag erklärt worden, etwa 12 Uhr hat das die Prova gemacht. Und bis dann in die sowjetische Besatzungszone, dass dann überall in die russischen Kommandaturen kam, dauert das ein bisschen. Ich nehme an, es war 13 Uhr oder etwas danach. Russische Truppen hatten wir in Jena stehen, in Löbstädt, aber die waren zum Sommermanöver im Thüringer Wald. Brauchten also, um vom Thüringer Wald, sagen wir mal, Gotha, bis nach Jena zu kommen und trafen ungefähr in Jena dort auf den Holzmarkt drei Panzer. Trafen um, ich würde sagen, etwa um 14 Uhr, trafen drei Panzer ein, fuhren ziemlich forsch auf die Leute, also auch auf uns zu. Ich habe wieder an einer unglücklichen Stelle gestanden und wir wurden, nachdem die Panzer zu halten gekommen waren, der Kommandeur rausging, dann auf einmal anfing, mit der Maschinenpistole zu schießen auf die gegenüberliegenden Häuser, nicht auf die Menschen. Das haben wir aber nicht gesehen, weil ja gleichzeitig mit der Schießerei auch ein großes Aufschreien der Demonstranten passierte. Also eine Panik-Situation sich entwickelte und wir überhaupt nicht und ich in dem Alter damals sowieso nicht in der Lage war, das jetzt in Ruhe zu reflektieren, ist da nur was passiert oder es nicht passiert. Es entwickelte sich also eine Panik und daraufhin schoben wieder die Leute von hinten uns gegen die Panzer. Und da muss ich sagen, als ich dann direkt gegen den Panzer geschoben war und ich war natürlich ein Piefke erst von dieser Größe, gerade knapp zwölf, da muss ich sagen, da fühlt man sich schon sehr schlecht, wenn man von so einem Ungetüm steht. Wir haben ja früher nur die Panzer aus der Entfernung gesehen, wenn sie aus der Kaserne kamen. Jetzt waren sie unmittelbar dran an dem Panzer. Das war also schon ein sehr unangenehmes Gefühl, zumal die Panzer ganz leicht rollten also nicht in die Masse jetzt reinpressten, leicht rollten. Das war nicht gut, dann fing der an zu schießen. Daraufhin begann die Menge der Demonstranten. Es waren, wie sie später herausstellte, in Jena 20.000, die aus den großen Betrieben von Jena, Karl Zeiss Jena, Schott und Genossen und Jena Farm, Reichsbahn, dort demonstriert hatten. Die sturben auseinander. Und das haben wir, oder das haben wir falsch bewertet, oder ich auch falsch bewertet, die Menschen stürzten also weg von den Panzern, in die Richtung, in die eigentlich nach unserer Meinung geschossen wurde. Und an einer bestimmten Stelle fielen alle Leute hin. Und dann dachten wir, oh schrecklich, wenn wir dort sind, dann wären wir erschossen. So wie die Leute, die da gefallen sind. Es ist nicht zu lachen, wir hatten also Todesangst. Nur, wenn man das heute mit diesem Abstand von 70 Jahren dann erzählt, dann hat man ein bisschen ein Lächeln im Gesicht. Und zwar an dieser Stelle war um eine ehemalige wegbombardiertes Gebäude, war eine Grünfläche angelegt und da waren Holzpfähle eingeschlagen und dann war also aufgenagelt ein Stahltraht. Und an dieser Stelle stürzten alle Leute über den Stahltraht, rappelten sich auf, aber die Nächsten stürzten ja schon drüber. Das heißt, wir sahen überhaupt nicht, dass die Leute ja wieder aufstehen und weiter rennen. Wir sahen praktisch nur von hinten, wir waren ja noch weit hinten in der Nähe der Panzer oder direkt am Panzer, wir sahen nicht, dass das nicht so eine gefährliche Stelle ist, wie unser Eindruck war. Tja, und dann muss ich sagen, da wird die Schnauze voll. Da hatten wir also doch ziemliche Angst, Todesangst gehabt, weil wir also glaubten, dass also unser Ende sehr kurz bevorsteht. Und dann erinnerten wir uns wieder dran, an die Maßgabe, möglichst schnell nach Hause zu gehen und keine Abwege zu gehen. Ja, und dann gingen wir also nach Hause, haben aber nicht vergessen, die Mädchen vom Haus mit ins Geschäft reinzunehmen, um das Papier einzusacken und möglichst viel Papier nach Hause zu schleppen. Tja, das sind meine Erinnerungen, die sich dann im Abend fortsetzen, also ungefähr so gegen ein bis zwei Uhr trafen die ersten Russenpanzer in Jena ein. Dann sind die Russen auch aus ihrer Kaserne herausgekommen. Vorher haben sie sich das nicht getraut. Die patrouillierten dann durch die Straßen, so wie Herr Dittmer sagt, um 21 Uhr mit dem Fahrrad. Noch unterwegs sein ging da nicht. Die patrouillierten die Straße entlang, schossen auf alle Leute, die aus dem Fenster rausguckten. Das heißt, dort wurde die Ausgangssperre systematisch durchgesetzt. mit der Kraft der russischen Besatzungstruppen. Tja, und das war das, was ich in grober Darstellung über diesen Tag in Jena zu sagen habe. Ja, vielen Dank, Herr Töpfer. Also man sieht gleich, es hängt sehr davon ab, zu welchem Zeitpunkt man sich wo befand, wie man das wahrgenommen hat. Und Sie, Herr Dittmer, haben ja auch gesagt, es gab Vorzeichen und haben von der Normerhöhung gesprochen. Da würde ich Udo Grassoff, dich mal bitten zu sagen, wie plötzlich kam dieser Aufstand eigentlich? Wo lagen die tieferen Ursachen, damit wir das hier auch noch mal ein bisschen einordnen können? Und was hat das Ganze dann eigentlich ausgelöst, dass es zu diesem Ausbruch kam? Also da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen tieferen Ursachen und dem Anlass. Und die tieferen Ursachen, da kann man im Prinzip zurückgehen bis in die Nachkriegszeit. Das ist letztlich, über Jahre hinweg gab es in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR eine Erfahrung, dass die politische Entwicklung und auch die wirtschaftliche Entwicklung zu größerer Unfreiheit, zu starker Unterdrückung und zu zahlreichen Ungerechtigkeiten führt. Da gab es also zahlreiche Konfliktfelder, die, also vielleicht ein wichtiges Konfliktfeld waren die Betriebe, wo es darum ging, durch den Wegfall der kapitalistischen Zwänge, wo die sozialistischen Betriebsleiter versucht haben, sozusagen neue Zwänge zur Arbeitsmotivation oder zum Erreichen der Erreichen der Leistungsziele, der Planziele zu setzen. Und da war zum Beispiel die Aktivistenbewegung, war eine Sache dann die technisch begründeten Arbeitsnormen. Da gab es über Jahre hinweg so ein Katze-und-Maus-Spiel zwischen den Betriebsleitern, den Funktionären, den Arbeitern, wie man das jetzt sozusagen, wie man die Arbeiter dazu zwingt, mehr zu arbeiten. Und das ist so eine Konfliktlinie. Aber eine andere Linie, die vielleicht auch mindestens genauso wichtig ist, ist einfach die konsequente und schrittweise und immer sich verschärfende Entmündigungserfahrung der Bewohner von Ostdeutschland. Das geht also damit los, dass es keine wirklichen Wahlen mehr gibt. Das geht damit los, dass es letztlich eine Stalinisierung des öffentlichen Lebens gibt. Das kulminiert vor allem im Jahr 1952, als die SED dann tatsächlich offiziell auch den beschleunigten Aufbau des Sozialismus verkündet und zahlreiche sogenannte objektive Feinde verfolgt. Das sind also Kleinunternehmer. Das sind auch, Sie hatten es ja schon gesagt, die Christen, die jungen Gemeinden zum Beispiel. Und es ist dann so, dass im Verlauf, also nach der Verkündung dieses beschleunigten Aufbaus des Sozialismus, sieht man dann tatsächlich, dass einerseits der Flüchtlingsstrom in die Bundesrepublik zunimmt und dass sich die Zahl der Häftlinge in den Gefängnissen verdoppelt innerhalb von wenigen Monaten. Und wenn man sich die Delikte anguckt derjenigen, dann sind das ganz oft solche Delikte wie Wirtschaftsverbrechen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Gummiparagrafen und neuen Gesetzen, die extra noch erlassen worden sind, wie das Gesetz zum Schutz des Friedens oder Gesetz zum Schutz des sozialistischen Eigentums oder dann gab es diesen Verfassungsparagrafen, Boykotthetze. Und das sind alles Gummiparagrafen gewesen, nach denen man für Bagatelldelikte oder heute würde man sagen fast gar nichts Menschen zu Haftstrafen verurteilen konnte. Also bei den genannten Gesetzen bis zu fünf Jahre Haft. Das ist auch in Einzelfällen geschehen, um Exempel zu statuieren. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass am 17. Juni, wie Sie ja in Jena erlebt haben, dann auch die Gefängnisse so einer der Punkte gewesen sind, wo die Demonstrierenden als erstes mit hingegangen sind, weil einfach klar war, die in den Gefängnissen sitzen, das sind nur zum geringen Teil Kriminelle und zum sehr großen Teil sind das politische Häftlinge oder auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung zu Unrecht Bestrafte. Und das ist sozusagen die tiefere Ursache, ist letztlich die Erfahrung dieses repressiven Aufbaus der Diktatur. Und dann gibt es den Anlass. Und der Anlass, das ist natürlich die Normfrage, das ist ganz klar, diese zehnprozentige Normerhöhung, die am 28. April verkündet wurde und die dann nicht zurückgenommen wurde bei dem neuen Kurs. Und das ist letztlich das, also diese Inkonsistenz, dass am 11. Juni die SED, alle diese anderen repressiven Maßnahmen, die Unterdrückung der Christen, die Unterdrückung der Kleinunternehmer, die Religierung von Schülern, von der Schule und so weiter, das alles wurde zurückgenommen und es wurde sogar gesagt, wir überprüfen jetzt die ganzen politischen Verhaftungen und es wurde sozusagen in Aussicht gestellt, dass auch viele entlassen werden. Aber eine Sache wurde nicht berührt und das war diese zehnprozentige Normerhöhung. Die blieb in Kraft bis zum 16. Juni. Und diese Inkonsistenz verbunden mit der Wahrnehmung der Bevölkerung dieses neuen Kurses als Bankrotterklärung der Regierung. Denn es wurde nicht erklärt, warum eigentlich die SED sozusagen wie ein Blitz aus heiterem Himmel auf einmal ihre gesamte Politik um 180 Grad wendet. Das war ein Befehl aus Moskau, aber das wusste eben damals keiner. Und deswegen erschien das so, die sind jetzt mit ihrem Latein am Ende und es ist ein Machtvakuum da und in dieses Machtvakuum hinein kam dann eben der Aufstand. Ja, vielen Dank. In dem Zusammenhang ist ja auch die Frage immer ganz wichtig, also auch zu unterscheiden natürlich zwischen Ursache und Anlass. Wenn man den Anlass nun nehmen würde, dann würde man sagen, es ging um die Norm. Es betraf im Grunde die Arbeit in erster Linie nicht die ganze Gesellschaft und dass die Rede von dem faschistischen Putschversuch, wie Frau Hofmuth schon eingangs erwähnt hat, sozusagen SED-Propaganda war, war im Westen schon immer unumstritten und auch nach 1989 in der gesamtdeutschen Forschung. Aber so ein bisschen hat man ja mal diskutiert, ist das eigentlich jetzt eine Arbeitererhebung oder ist das ein Volksaufstand? Was wurde eigentlich gefordert? Ging es jetzt um die Arbeiter oder ging es allgemein um Freiheit, um Einheit? Herr Töpfer, als Sie da in Jena mitten im Gewühl waren, haben Sie irgendwelche Parolen gehört oder Banner gesehen oder irgendwas, wo man daraus fließen konnte, worum es inhaltlich ging? Ungeachtet der Tatsache, dass es jetzt mal die Gefängnisse stürmte, um die zu Unrecht Verhafteten zu befreien. Ich habe hauptsächlich etwas gehört und das hat sich bei mir also dauerhaft eingeprägt. Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes Bille. Das wurde skandiert und selbst die, die es aufgrund ihrer eigenen politischen Konstellation anders sehen, es war so, dass insbesondere der Spitzbart, also der Genosse Walter Ernst-Paul Ulbricht, im Übrigen, beide von einem durfte man nicht sagen, das war schon Misskreditierung gewesen, dafür konnte man bestraft werden, der war von den dreien ohnehin der Unbeliebteste, insbesondere in Berlin, weil er natürlich nur mit Sachsenkusche reden konnte und das kam in Berlin nicht sonderlich gut an. Der Bauch, der war weniger abgelehnt, das war der alte, mittlerweile sind wir ja auch weißhaarig, alte, weißhaarige, gemütliche DDR-Staatspräsident, Wilhelm Pieck und Brille war der, der eigentlich nach Meinung des Volkes sowieso nichts zu sagen hatte, das war Grote Brille. Ja, es ist richtig, dass zu Anfang auch die Normerhöhung skandiert wurde, was da gerufen wurde, kann ich nicht mehr sagen. Das heißt, der eigentliche Beginn des Aufstandes war nach meiner Meinung ein Aufstand im Interesse der Arbeiter, die also ihre Normerhöhung rückgängig machen wollten. Aber nachdem dann hier in Berlin bekannt gegeben wurde, dass diese Normerhöhung zurückgenommen wird, kamen sofort neue Forderungen, nämlich Senkung der Lebensmittelpreise, neue Wahlen oder überhaupt freie Wahlen, sogar schon mutig Wiedervereinigung Deutschlands, kam dann im Laufe des 17. Junis tatsächlich in die Öffentlichkeit, aber im Zuge des starken, repräzisischen Zugriffs der russischen Besatzungstruppen hat sich das nicht durchgesetzt und das ist also meistens auch ungenannt geblieben später in der Würdigung. Es ist nicht nur ein Aufstand gegen erhöhte Normen gewesen, sondern ein erster Versuch in den russisch nachkriegsbesetzten Gebieten, dass das Volk aufgemuckt hat. Und da können wir sagen, war der 17. Juni der erste Versuch und später kam dann der Prager Frühling, es kam 56, zwischendurch noch der Ungarn Aufstand und dann die Entwicklung in Polen. Das heißt, der 17. Juni war der Beginn des Widerstandes und ich muss noch sagen, ich war, wie Sie auch angedeutet haben, evangelisch erzogen worden. Wir erlebten die Repressalien gegenüber der jungen Gemeinde, wir mussten uns, wir waren nicht sicher, ob wir nach unseren Jugendstunden wirklich heil nach Hause kommen, die Eltern hatten große Angst, aber meine Eltern haben mir das nicht verboten. Aber zum Beispiel unser Jugendpfarrer wurde verhaftet und dann später zu einer irren Strafe verurteilt. Ja, das gehört noch dazu, dass die Arbeiter sich an diesem 16. und 17. Juni verraten gefühlt haben, denn angeblich war die DDR ja sogar bereit, die Zwangskollektivierung zurückzunehmen. Das heißt, es blieb übrig, ein Staat der Arbeiter und Bauern, der für die Nummer eins, wie er behauptete, für die Arbeiter nichts getan hat und stur noch am 16. Juni festgehalten hat an der Normerhöhung. Und da muss ich sagen, zusätzlich zu dem, was ich angestaut habe, kam die politische Unfähigkeit zum Handeln, zum richtigen Reagieren. Da kommt ja jetzt mir in den Sinn der Spruch, der 1989 gesagt wurde, als wir hier einen bekannten russischen Präsidenten hatten, der eben gemahnt hat, wer das Leben nicht versteht, oder wie wie war die Formulierung in die Gorbatschow damals? Wer zu spät kommt, dem wird straft das Leben so, wie es dekolportiert. Ja, gut, man ist 1953 zu spät gekommen, man hat noch nicht mal Mut gehabt, Selbstkritik zu machen, wenn das in einer angemassenen Weise erfolgt wäre, aber die DDR war eben kein souveräner freier Staat, das offenbarte sich bei mir in Karlshorst wurden dann die später wohnte ich in Karlshorst und jetzt immer noch die DDR Regierung war geflohen auf Befehl der russischen Besatzungstruppen hier in Berlin des Hohen Kommissar Vasilevich Semyonov, der hat die Weisung gegeben, die gesamte DDR Regierung kommt nach Karlshorst ins Sperrgebiet und da blieben sie dann einige Tage, bis das Ungewitter vorbei war und das waren die, die eigentlich zu bestimmen hatten. Auch die neue ökonomische Politik war ja keine Erfindung der DDR, sondern war ein Vollzug der DDR aufgrund eines sowjetischen Befehls. die hatten wohl sehr deutlich die Situation in der DDR im Blick gehabt und wussten, was hier läuft. Sie meinen jetzt den neuen Kurs? Den neuen Kurs. Ja, den neuen Kurs. Das heißt also zu spät, halbherzig und nicht wirklich erklärt. Richtig. Herr Dittmar, Sie haben ja gesagt, Sie haben das anders wahrgenommen, aufgrund dessen, dass Sie auch woanders waren. War Ihnen denn trotzdem als Student, als junger Mann bewusst, hier passiert gerade was ziemlich Einschneidendes? Ist es ein wichtiges Ereignis, was sich hier abspielt? Das sehen Sie ja, dass ich mich von Anfang an damit beschäftigt habe, über die ganzen Jahrzehnte und alles Material, was mir in die Hände kam, aufgehoben habe. Das war schon ein Ereignis, bloß eben mit dem Fehler, man konnte nicht die sowjetische Besatzungsmacht vertreiben. Das waren ja noch 41 Jahre bis 94, ehe dann die ehemalige DDR verlassen wurde. bis die sowjetischen Besatzungstruppen abgezogen sind. Ja, ja, also die Ereignisse, wie gesagt, hatten eben ihre Vorgeschichte, wie ja auch schon erwähnt wurde. Ich habe das auch beschrieben, also im Chemischen Institut, im sogenannten Emi-Fischer-Hörstall war etwa, ich sage mal 14 Tage vorher, eine Versammlung einberufen worden und da ging es eben darum, die Mitglieder der jungen Gemeinde zu entlarven ja, ja, und ein Professoren Sohn aus meinem Studienjahr, der Friedrich Ritschel, der Vater war Physikprofessor, der sagte dann, wollt ihr noch einen Professor weniger haben? Das war also sehr, sehr mutig. es ist dadurch, dass der 17. Juni kam, ich sage rund 14 Tage später, eben nicht zu irgendwelchen Maßnahmen gekommen, der junge Mann ist unbehelligt geblieben, trotz seiner Reden, die er geführt hat, und ja, ja, jetzt komme ich im Moment nicht auf den Namen, auf jeden Fall, dieser Dozent, der die Versammlung geleitet hat, der wird witzigerweise in einem, in zwei Bänden, wer war während der DDR als Dissident nachher geschildert, ja, er war ein Übler, genauso wie, das mögen manche nicht hören, Robert Habemann, ein ganz scharfer gewesen ist zu der Zeit, nicht wahr, der? Zu der Zeit, genau. Manche Menschen wandeln sich ja auf ihres Lebens durch Erfahrungen und ihre Haltung. Saulus Paulus, das ist ein uralte menschliche Geschichte. Ich habe diese Leute unmittelbar erlebt, nicht wahr, und wir hatten, das hat jetzt mit dem 17. Juni nichts zu tun, aber wir hatten einen Studentenball, Fasching, und da war eine solche Sprüche wie wir haben zwar kein Klopapier, aber einen Sputnik haben wir. Das war ein bisschen später, ja. Ja, und solche Sachen waren da bei dem Fasching angemacht. Also die Diskrepanz zwischen dem, was im Alltag fehlt und womit Propaganda dann waren dann waren Habemann und Neunhöfer, der Organiker, in einem Gespräch mit den Studenten und Habemann sagte, also, dass die Studenten eben diese reaktionären Parolen dort angebracht hätten und so weiter und so fort, und die waren alle im zweiten chemischen Institut, wie das hieß, und dann entgegnete Neunhöfer ihr, ja, und die kommen alle aus ihrem ersten chemischen Institut und damit war die Sache eigentlich erledigt. Ich habe dann Habemann ja auch noch erlebt, das war wohl 1964, nicht in seinen letzten Tagen an der Uni und habe auch in der Chemiker Zeitung, die dann in der DDR verboten wurde, die Artikel von ihm gehabt, aber ich konnte das natürlich nicht publik machen, meine Eltern haben die Zeitung mitgebracht, im Osten war die verboten, habe die bei mir in der Bibliothek eingeordnet, ohne aber irgendeinen Ton darüber zu verlieren. Ja, ich würde gerne noch mal zurückkommen so ein bisschen auf die Frage, wir haben jetzt gehört, was in Berlin los war, was in Jena los war, das sind die Hauptstadt und es ist eine wichtige Universitätsstadt, kann man von einem Volksaufstand sprechen, wie sah es in den übrigen Regionen der DDR aus, wie sah es vielleicht auch im ländlichen Raum aus, ich habe jetzt kürzlich was gelesen, dass es da sogar schon eher losgegangen sei, wir haben ja von der Kollektivierung gehört, davon waren ja vor einem die Bauern betroffen, Udo Grashoff, könntest du mal ein bisschen schildern, wie weite Kreise das auch regional gezogen hat, dieser Ausstand, das auch im Vergleich zwischen ländlichem Raum und Städten, Industriezentren? Ja, also vielleicht könnte ich so anfangen, dass ich vielleicht erst mal kurz schildere, was überhaupt mein Zugang zum 17. Juni ist, der ja weit vor meiner Geburt lag und wie ich überhaupt jetzt zu diesem Thema gekommen bin und was mein Zugang dazu war, das war eben ein lokaler, also ich bin in Halle an der Saale geboren und habe so ungefähr um das Jahr 2000 herum angefangen, mich mit der Geschichte des 17. Juni in meiner Heimatstadt zu beschäftigen und da waren eigentlich die wichtigsten Fragen, die kamen eigentlich noch gar nicht so sehr von so einer normativen Bewertung, was war der Aufstand eigentlich, sondern es ging erst mal darum, bevor man überhaupt dahin kommt, zu verstehen, was an dem Tag passiert ist, mussten wir erst mal durch so eine Barrikade von Propagandaerzählungen, Mythen und Lügen uns durcharbeiten und das ist also gerade in Halle ist das sehr konzentriert gewesen, da gab es also auf der einen Seite die vermeintliche KZ-Kommandöse Erna Dorn, die dort aus dem Gefängnis befreit wurde und dann angeblich eine Rolle in dem Aufstand gespielt haben sollte, was nicht stimmte, aber die dann trotzdem in der Propaganda ganz groß rausgebracht wurde, auch überregional und dann hingerichtet wurde sogar, zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde und so als so ein gefälschter Beweis präsentiert wurde, dass es sich um einen faschistischen Putschversuch handelt, das war so diese eine Geschichte und die andere Geschichte, die auch in Halle passiert ist, dort ist bei dem Versuch eines der großen Gefängnisse in Halle, den berühmten Roten Ochsen zu stürmen, was nicht gelungen ist, also anders als in Jena, ist ein junger Wissenschaftler, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter erschossen worden, der ist durch einen Querschläger getroffen worden und da wurde ein Staatsbegräbnis für ihn gemacht und er wurde als ein FDJ-Funktionär präsentiert. Wir haben dann bei Recherchen mitgekriegt nach 1990, dass das ein christlicher Wissenschaftler war, der zwar auch pro forma mit in die FDJ dort eingetreten war, aber der das nur gemacht hatte, um seine Ruhe zu haben und der also auch eher politikfern gewesen ist und dessen Familie einfach gezwungen wurde, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und dieses politische Begräbnis, das war wirklich ganz groß, propagandamäßig aufgemacht mit dem Sternenmarsch durch Halle, das war richtig so eine Propaganda-Aktion und in Wirklichkeit ist der junge Mann nie ein Funktionär gewesen der Streikenden gewesen, aber es wurde eben so in der Propaganda dargestellt. Das sind so Geschichten gewesen, die ich unheimlich interessant fand. Ich finde es immer am interessantesten, wenn man in der Geschichte auch Dinge aufarbeiten kann, wo man dann sieht, es ist eigentlich ganz anders gewesen oder man muss bestimmte Dinge auch korrigieren. Das war so mein erster Zugang. Und mein zweiter Zugang zur Geschichte des 17. Juni war dann 2003, als ich einer großen Ausstellung zum 17. Juni in Bitterfeld mitgearbeitet habe. Und das bringt mich jetzt zur eigentlichen Beantwortung des Kerns der Frage, nämlich was ist eigentlich am 17. Juni außerhalb von Berlin, vielleicht auch außerhalb der großen Städte passiert. Und Bitterfeld ist da ein sehr gutes Beispiel dafür. Es gibt noch mehrere mittelgroße und kleinere Städte, teilweise auch Landstädte wie zum Beispiel Jessen, wo Bauern demonstriert haben. Aber es gibt auch Beispiele, dass in vielen kleineren Orten es auch große Demonstrationen gab. Und Bitterfeld ist insofern ein besonderes Beispiel, als dort wirklich die Streikenden, die haben ein Streikkomitee gewählt und haben die Macht im gesamten Kreis Bitterfeld für ein paar Stunden übernommen und sind auch nicht nur regional aktiv gewesen, sondern haben in dieser Zeit, als sie dort an der Macht waren, ein Telegramm an die Regierung der DDR geschickt, mit der Forderung an die DDR Regierung zurück zu treten. Also auch ein unheimlich weites und mutiges Auftreten dieser streikenden Bitterfeld. Und was man dort zum Beispiel sehen kann, ist, dass am Anfang die Arbeiter schon der Kern der Proteste sind. Also in Betrieben geht der Protest los, aber es schließen sich Personen, der ist dann auch mit dafür verantwortlich, dass dieses tolle Telegramm, sehr gut formulierte Telegramm geschickt wird. Und das haben wir auch im Streikkomitee in Halle kann man das auch beobachten, dass das auch eine Koalition ist, die schon mehr in Richtung Volksaufstand geht, als zum Beispiel auch ein junger Mann, der Zahntechnik erarbeitet. Und da sind also auch ganz verschiedene Menschen dort und nicht nur Arbeiter. So würde ich sagen, dieser Aufstand hat im Prinzip als Arbeiteraufstand in den großen Industriezentren begonnen, aber ist gleichzeitig eingebettet in eine generelle Unruhe im ganzen Land, also auch in ländlichen Gebieten und auch das, was schon kurz angeschnitten wurde, stimmt, dass 11. Juni man, wenn man so in Akten schaut, in den Vorkommnismeldungen in den ländlichen Gebieten, man dann schon Losungen auf die Straße gemalt findet oder dass zum Beispiel vor Gefängnissen es schon Menschenansammlungen gibt, in Brandenburg zum Beispiel, in Weimar gibt es also schon lange vor, also schon am 12. oder 13. Juni gibt es schon Menschenansammlungen vor Gefängnissen, sodass sich der Aufstand auch schon so langsam anbahnt und in Berlin geht es ja auch schon am 15. los und genauso ist es dann auch so hinsichtlich der Geschichte nach dem 17. Juni das endet nicht abrupt es kann sein dass in bestimmten Orten in bestimmten Stellen Ruhe gewesen ist aber in vielen Betrieben gerade in Bitterfeld zum Beispiel habe ich das beobachtet da haben am 18. Juni mindestens genauso viele Arbeiter gestreikt wie am 17. Juni da Betriebe in denen wie zum Beispiel Wernigerode ist so ein Beispiel wo es auch dieses tolle Tondokument gibt wo eigentlich erst am 18. Juni der Schwerpunkt der Streiks gewesen ist das zieht sich zum Beispiel in Bitterfeld bis zum 20. Juni hin wo noch in den Betrieben gestreikt wird und wo dann schon Soldaten mit der Waffe in der Hand dastehen und die Arbeiter wirklich mit der Waffe wieder zum Arbeiten zwingen wollen das dauert aber bis zum 20. bis sie das wirklich rügerischer Eindruck der auch ein bisschen daher kommt durch dieses deutsch-deutsche Verhältnis das in den Medien in der Bundesrepublik natürlich vor allem über Berlin berichtet wurde weil man über die anderen Gebiete nicht so viel wusste und zum Beispiel über die Dörfer wusste man fast gar nichts und was wir heute wissen ist dass von den 700 Orten die in den Proteste stattgefunden haben in der DDR dass da auch mindestens ein Drittel kleine Orte Dörfer gewesen sind es gab auch sogar ich weiß Zodl zum Beispiel so ein ganz kleiner Ort in der Lausitz da ist also eine Demonstration im Dorf gewesen wo nur ein paar Leute demonstriert haben dann den Bürgermeister abgesetzt haben also auch sowas hat stattgefunden das hat natürlich kein großes mediales Echo gehabt aber insofern würde ich auch dafür plädieren zu sagen es ist schon ein Aufstand gewesen der sich spätestens im Verlaufe des Tages zu einem Volksaufstand entwickelt hat vielleicht am Anfang viel von Arbeitern getragen aber dann haben sich so viele andere Leute angeschlossen auch wenn man sich Fotos anschaut da sieht man auch viele Frauen übrigens dabei das ist auch interessant sind nicht nur Männer sind auch viele Frauen bei den Demonstrationen zu sehen auf den Demonstrationsfotos also insofern mein Plädoyer wäre eben schon diesen Begriff Volksaufstand auch dafür zu verwenden Ich möchte zu den Frauen gern was ergänzen fällt mir jetzt und ich habe Folgendes erlebt als auf dem Holzmarkt das war die Sache wo ich über die Panzer gesprochen habe war die Kreisleitung der SED die wurde gestürmt aus der ersten Etage flogen Gewehre heraus und eine Frau nahm die Gewehre und steckte sie in den Gullideckel hinein mit dem Lauf und machte eine kurze Seitenbewegung schmiss dann dieses unbrauchbare Gewehr zur Seite so hat sie ja ihren Friedenskampf ihren persönlichen Anteil an dem 17. Juni in Jena gehabt in dem sie die Waffen unbrauchbar gemacht hat und auch nicht etwa jetzt den Aufständigen in die Hand gegeben hat nun erschießt mal ein paar ihr habt da ein paar Waffen nein so war es nicht die Frauen waren meine Mama war auch bei der Demonstration dabei das habe ich dann aber erst am Abend erfahren als ich dann artig zu Hause war aber was im Laufe des Tages passierte habe ich dann nur stückchenweise meiner Mutter erzählt lassen 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 sie mich noch was zu dem Papier sagen das ist nicht das große Geschäft unseres Lebens geworden was wir glaubten sondern wir kriegten scheißende Angst nachher um 20 Uhr als die Russen durch die Straßen gingen und daraufhin haben wir begonnen dieses ganze Propagandamaterial in der Waschküche zu verfeuern wir waren aber so doof und haben in den Kupferkessel kein Wasser reingefüllt und Sie können sich vorstellen welche Konsequenz das hatte mehrere Zentner Papier unter dem Kupferkessel zu verbrennen tja das brachte uns natürlich heftigen Ärger am Folgetag ein nachdem wir den Krieg überstanden hatte zur Sau gemacht haben also wir haben keinen Verdienst mit unserer Papierbeute gemacht sind also keine Gewinner dieses Tages geworden der Gewinn des Tages ist dann erst am 9. November 1989 hier passiert 36 Jahre später und da muss ich natürlich auch gleich daran denken dass auch da versucht wurde Papiermaterial als Beweismaterial zu vernichten aber von der anderen Seite nämlich in den verschiedenen Gebäuden des Ministeriums für Staatssicherheit also wir sehen sowohl was die beteiligten Bevölkerungsgruppen und Schichten angeht als auch was die regionale Verteilung angeht als und das finde ich besonders interessant auch was die zeitliche Ausbildung angeht muss man das Ganze etwas breiter fassen der Historiker und auch die Institutionen Aufarbeitung sind ja oft immer so ein bestimmtes Datum ein Stück weit fixiert das kann man sich gut merken da kann man einen Feiertag draus machen da kann man auch Gedenkveranstaltungen machen aber das erinnert uns noch mal daran sowas hat nicht nur Ursachen sondern es hat auch meistens Vorläufer und es hat Nachwehen und häufig ist es eben nicht nur ein Tag der interessant ist sondern eben auch ist ein längerer Zeitraum in dem was passiert ich hätte noch Fragen an das Podium hier aber ich möchte angesichts der fortgeschrittenen Zeit jetzt gerne Ihnen aus dem Publikum die Gelegenheit geben auch Fragen an die Zeitzeugen und den Historiker zu stellen bitte hier der Herr Ja ich habe jetzt eine Frage ich habe gehört Ah ja okay Herr Robel ist mein Name ich bin von der Zeitzeugen Börse aber ich habe jetzt eine ganz private Frage ich bin aus Charlottenburg ich komme ursprünglich bin Jahrgen 48 ich bin 68 nach Berlin gekommen und habe mich dann mit der ganzen Sache 17. Juni auch beschäftigt was ich jetzt Sie aber fragen warum sind Sie von Charlottenburg über Rudow nach Adlershof mit anderen Worten war die Grenze wirklich schon so geschlossen wie später zum 13. August dass man nicht durchkam oder hatten Sie einfach Angst ich wollte einfach mal wissen hat man schon wirklich Johannis Daler Schuss Nein wenn ich da antworten kann ich habe den ganzen Tag am Rundfunk gehangen also Rias und da wusste man wo man noch Rektor ohne Kontrolle kommen konnte und das war eben diese Überall waren schon Kontrollen aufgestellt an den Grenzen also U-Bahn fuhr nicht mehr weiter S-Bahn war also ich kann jetzt nicht mehr sagen wie viele Wochen dann die Sektorengrenze gesperrt war aber ich habe auch Papiere wo also zum Beispiel einer Schwedin dann genehmigt wurde in den West zu fahren also eine schwedische Stadt also es war die ganze Zeit die Grenze wirklich zu das ist für mich neu das andere wollte ich fragen ich bin in Westdeutschland aufgewachsen der 17. Juni war für uns immer der nationale Badetag wir haben also nichts da war was in der DDR in Ostberlin SPZ oder so aber als junger Mensch habe ich das überhaupt nicht mit gekriegt was da los war mir ist erst richtig bewusst geworden wie ich dann hier in Berlin gelebt habe und bin als Westdeutscher dann am Anfang aus Spaß an unserem Feiertag nach Ostberlin gefahren das war genauso ähnlich wie unser Feiertag Himmelfahrt ja auch nicht wir haben einfach gar keinen großen Unterschied gemacht da fehlte also in Westdeutschland wirklich die Unterrichtung woher was war da los wir haben es nur so gehört und dann erst hier so wurde mir bewusst ja Mensch das ist ja wirklich toll und ich kann mich auch nicht erinnern dass wenn wir als Westdeutsche am 17. Juni wir mussten ja Heinrich-Heinestraße rüber dass da irgendwie schlimmere Kontrollen waren oder sowas also ja war eben einfach so und ja ist man einfach drüber weggegangen das ist meine Äußerung jetzt dazu ich wundere mich eigentlich nur das war wirklich mein Hauptteil dass die Grenzen so zugemacht worden sind das wusste ich jetzt nicht also für die bewaffneten Organe um mal in dem Jargon dieser vergangenen Zeit zu sprechen war der 17. Juni ein Tag wo die Herzklopfen gekriegt haben da gab es keinen Urlaub da alle mussten präsent sein und es war bis zum Schluss einer der Tage wo sie sich selber daran erinnert haben wie gefährlich die Situation für sie war und sie waren allzeit bereit ihren Staat zu verteidigen um das noch kurz zu ergänzen tatsächlich das Ministerium für Staatssicherheit hat immer im Vorfeld jedes Jahrestags aufgelistet wo sind irgendwelche Aktionen geplant wo könnte es brenzlig werden bis hin zu der Kuriosität dass 1956 drei Jahre später es gab eine Auflistung von Dampferfahrten auf dem Mögelsee im Vorfeld des 17. Juni weil die Arbeiter vom Krankenhaus Friedrichshain auf einem Betriebsausflug auf einer Bootsfahrt diesen Beschluss zu diesem Streik gefasst haben da sieht man wie sensibel neurotisch man anlässlich dieses Jahrestags war Udo Ich wollte kurz ergänzen der 17. Juni der Tag der Deutschen Einheit in der Bundesrepublik hat auch eine Geschichte und zu einer Zeit wo Sie vielleicht noch zu jung waren in den 50er und Anfang der 60er Jahre gab es mal eine Zeit wo dieser Tag wirklich auch ein politischer Tag gewesen ist wo es also gerade in den 50er Jahren gab es also eine Vielzahl an von Menschenmengen besuchten politischen Veranstaltungen in der Bundesrepublik und das waren oftmals auch sehr stark inszenierte sehr auch an die Emotionen appellierende Veranstaltungen also da gab es zum Beispiel Mahnfeuer von Erhebungen wo man das Feuer dann von der DDR aus sehen konnte dann gab es Stafettenläufe es gab große Kundgebung auch immer in West-Berlin da gibt es auch einen Film mit Willy Brandt der da an der Spitze eines Zuges man sieht da auch dass da wirklich nicht bloß 30 Leute sind sondern 10.000 oder noch mehr die da teilnehmen und man sieht auch welche Teilnehmer das sind also es gibt dann so bestimmte Gruppen in der bundesdeutschen Bevölkerung die an diesem Tag auch sehr aktiv sind das sind vor allem die Vertriebenen also die Vertriebenen Verbände spielen eine ganz wichtige Rolle am 17. Juni bei den Demonstrationen das sieht man auch mit ihren Wappen laufen die dort und also diese Feierkultur ist dann in den 70er und vor allem in den 80er Jahren verloren gegangen die gab es dann nicht mehr aber das heißt nicht dass der Tag schon von Anfang an so ein unpolitischer Feiertag gewesen ist wie Sie ihn dann als junger Mensch erlebt haben das wollte ich nur nochmal ergänzen obwohl es nur Hannover war eigentlich kann es nur weit weg von der Zoll aber es war zu weit weg Vielen Dank für diesen Hinweis Sie finden auch in Berlin verteilt Gedenkzeichen zum Beispiel auf einem Schuthügel in Lichtenrade an der Grenze dann zu Brandenburg wo eben dann diese Feuer stattgefunden haben die sind inzwischen ein bisschen versteckt und verwachsen aber diese Zeichen gibt es noch aber es hatte sich hier noch jemand gemeldet bitte ich wollte ich wollte und werde auch gleich noch was anderes sagen aber nochmal weil Sie es gerade eingebracht haben ich habe den 17. Juni nicht miterlebt obwohl ich schon gelebt habe also 53 da konnte ich noch nicht denken denken schon aber da war ich noch viel zu klein was die Frage angeht der Rezeption in der Bundesrepublik ich glaube man kann nicht sagen dass das von der Breite der Bevölkerung wirklich angenommen oder aufgenommen worden ist Sie haben eben gesagt welche Gruppen auch politische Gruppen es waren die dafür eingetreten sind aber es gab damals schon eine große politische ideologische Spaltung in der Bundesrepublik und insofern war der 17. Juni wie auch die DDR als solche nicht etwas was in der Breite der Bevölkerung irgendwie differenziert rezipiert worden ist also das war eher etwas wo man die Finger von gelassen hat das nur als Ergänzung meine Wahrnehmung jedenfalls was ich aber sagen wollte ist was ganz anderes Sie sagten eben man muss die Vorgeschichte und die Nachwehen sich angucken und ich wollte da zwei Aspekte reinbringen nämlich oder im Grunde ist es einer es fiel ja mehrfach das Stichwort junge Gemeinde Christenverfolgung in der DDR die junge Gemeinde wurde gerade Anfang der 50er Jahre die jungen Gemeinden ja massiv verfolgt und diskriminiert die Schüler wurden diskriminiert und drangsaliert Pfarrer kamen ins Gefängnis und 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 das das spitzte sich eigentlich zu und kurz vor dem 17. Juni wurde das Politbüro nach Moskau zitiert und dort hat es den Uckers bekommen tatsächlich von Moskau dass sie dieses zu lassen hätten also die kamen zurück aus Moskau beriefen zwei Tage später das waren glaube ich zwei oder drei Tage vor dem 17. Juni Sie können mich korrigieren es war sehr kurz davor beriefen sie die evangelischen Bischöfe zu sich das Politbüro und erklärte ihnen dass das nun aufhören werde die Bischöfe waren total perplex und wussten gar nicht warum aber was dahinter stand ist meiner Meinung nach das ist jetzt Interpretation aber dafür gibt es Belege die ich gleich sagen werde meiner Meinung nach haben die Moskauer Genossen die Situation sehr viel genauer analysiert als die die SED das überhaupt nur konnte und der Schluss den sie gezogen haben ist meiner Meinung nach der dass sie den Genossen gesagt haben ihr müsst gut marxistisch leninistisch daran gehen und statt dieser Brachialgewalt gegen die Kirchen und gegen die Jugend müsst ihr sozusagen einen Kulturkampf machen ihr müsst von oben herab die Jugend umerziehen und das wurde gemacht im September 53 gab es erste Überlegungen im ZK dass man die Jugendweihe einführen soll den Beschluss dazu gab es im März 54 und das erste Jugendweihe Jahr war dann 1945 da gab es dann weiter einen Kulturkampf aber die Kirchen haben diesen Kampf verloren was ich sagen will ist dieser Kulturkampf der von oben inszeniert worden ist und der meiner Meinung nach auch betreibende Genossen aus Moskau inszeniert worden ist hat tatsächlich die großen Nachwirkungen in der DDR gehabt weil sie nämlich sozusagen in die Bewusstseinsschichten durch den Prozess der Umerziehung also wenn wir Kulturkampf sagen können wir auch Kulturrevolution sagen in Analogie zu der Kulturrevolution in China auch in der DDR wurden ja junge Garten losgeschickt in die Schulen rein die die Schüler überzeugen sollten dass sie gefährlichst an der Jugendweihe teilzunehmen hätten also ich denke dass ein Resultat dieses 17. Juni eben nicht nur das Datum ist sondern eine langwierige Auswirkung für die gesamte Bewusstseinslage in der DDR und die Jugendweihe hat sozusagen ein Sediment in das gesellschaftliche Bewusstsein hinein implementiert gar nicht mal nur der Schwur auf den Sozialismus den die Jugendlichen abzulegen hatten sondern eigentlich durch die gesamte Eliminierung anderer Werte die stattgefunden hat ja also das Ziel hat man nicht geändert man hat die Taktik geändert wobei das würde ich sagen oder Udo Gras hab du dazu kurz also ich hab ja mal genickt ja also das war sehr das trifft genau das was ich auch darüber weiß und ich würde vielleicht nur noch sagen ich kenne kein Dokument das jetzt wirklich nachweist dass die Jugendweihe eine Idee aus Moskau wäre das ja aber das weiß ich nicht aber auf jeden Fall ist klar gewesen das Signal von Moskau war so geht es nicht ihr müsst euch eine andere Taktik überlegen und die andere Taktik haben sie ja richtig beschrieben ich würde zur Jugend war ja nur so viel noch sagen dass das natürlich nicht gleich ein Erfolg gewesen ist das hat ein paar Jahre gedauert und es ist interessant es hat natürlich zu einer tiefgreif Säkularisierung von Ostdeutschland geführt die wir heute immer noch haben es gibt ja immer noch so Schlagzeilen das gottloseste Land der Welt ist Ostdeutschland ja habe ich nämlich gerade gelesen aber ganz wichtig ist hierbei auch der Sputnik Schock der Sputnik Schock führt zur Durchsetzung der Jugendweihe bis dahin stagniert das bei 25 Prozent Beteiligung das setzt sich erst mal noch nicht durch und erst 57 58 mit dem Sputnik das ist noch so eine zusätzliche Argumentationshilfe die dazu kommt und dann schlägt das um und dann ist die Beteiligung von einem Jahr aufs andere von 25 Prozent auf 75 Prozent oder so also das kommt noch dazu da ist nicht nur der 17 Juni es gibt auch andere Faktoren aber das ist jetzt ein anderes Thema genau das führt uns ein bisschen weit weg ich würde gerne eben sammeln Sie haben sich noch gemeldet und dann Frau Hase ja vielen Dank Martin Lutz ich bin auch wie andere in Westdeutschland geboren und aufgewachsen und ich hatte eine Frage zur Verbindung zur ich habe eine Frage zur Verbindung zur friedlichen Revolution wenn ich darf spielte der 17. Juni in der bei der friedlichen Revolution im kollektiven Gedächtnis eine Rolle oder wenn ja wie groß ist die Rolle vielleicht auch in dem Sinne dass man sagt wir machen jetzt ganz bewusst eine friedliche Revolution weil die etwas gewaltsamere Revolution am 17. Juni nicht erfolgreich war also das würde mich interessieren sozusagen die Verbindung 17. Juni und 1989 können Sie etwas dazu sagen Frau Hase Ich bin viele Jahre immer auf den Zeitzeugen mein Name ist Anna Hase auf den Zeitzeugen Veranstaltungen gewesen wo noch die Bauarbeiter der Ehemann Staliner die damals Lehrlinge und auch Gesellen waren berichtet haben ich habe an Herrn Grasshoff eine Frage was war eigentlich der äußere Anlass für den 17. Juni es wurde immer gesagt der Bau des Krankenhauses Friedrichshain und der ehemaligen Stalinallee wo die Normerhöhung um 10% war für das gleiche Geld und die Leute hatten 400 Trümmerziegel am Tag zu verbauen 10% mehr war nichts zu schaffen das hat die so wütend gemacht dass sie also hingeschmissen haben also auf dieser Dampfer fährt am Müggelsee das war ein Betriebsausflug da ist darüber gesprochen worden und der Brigadier vom Friedrichshainer Krankenhaus der hat das Ganze veranlasst und weitere Bauarbeiter die also auch Brigadiere waren in der ehemaligen Stalinallee ist das die Ursache gewesen für den also der äußere Anlass mich interessiert der äußere Anlass ich habe damals schon gelebt ich war Kind und ich weiß dass ziemliche Aufruhr in der DDR war ich wohnte in Bolzenburg an der Elbe dort gab es die Fliesenwerke und dort sind auch Leute auf die Straße gegangen aber das ist dann sehr schnell im Keim erstickt worden aber überall waren eben diese Normerhöhungen für das gleiche Geld und einer hat gesagt dass auch Frauen da waren die Männer waren ja im Krieg geblieben wir sind doch alle mit Frauen nur groß geworden es gab ja wenige Männer die damals auch aktiv waren es waren alles sehr junge Männer die auch als Bauarbeiter gearbeitet haben haben wir zwei Fragen einmal zur Tradition 36 Jahre später zur Vierlichen Revolution und jetzt nochmal speziell zum Anlass vielleicht zuerst du Udo zu ihrer Frage kann ich einfach sagen sie haben das sehr gut beschrieben also besser könnte ich in Berlin wobei man natürlich gleichzeitig auch sagen muss dieselbe Problem gab es natürlich in anderen Regionen auch und insofern brauchte man auch keine westlichen Agenten oder irgendwelche Anstifter die da die Arbeiter sozusagen aufgehetzt hätten das zu tun und die Bereitschaft war da die Leute saßen im Prinzip alle wie auf glühenden Kohlen und als dann die Rias Meldungen kamen dass in Berlin in der Stalinallee und dann auch schon ein bisschen größer Demonstration sind dann brauchte man die Arbeiter in Bitterfeld oder in Görlitz jetzt nicht mehr groß zu überreden dass sie auch ihre Demonstration machen also insofern ist es auch exemplarisch was in Berlin passiert ist natürlich war es der Beginn jetzt ereignisgeschichtlich aber es ist eben sozusagen auch etwas was überall passiert ist insofern wie sie das beschrieben haben finde ich das völlig richtig und zu ihrer Frage 1989 ich habe ja auch ein bisschen Interviews gemacht und auch selber eine Erfahrung mit 1989 ich war ja selber auch ein Akteur der friedlichen Revolution und was ich bisher dazu herausfinden konnte ist dass der 17. Juni bei den Leuten mit denen ich gesprochen habe und auch in meinem eigenen Umfeld keine Rolle gespielt hat und das also auch ich erinnere mich zum Beispiel an mein Gespräch mit Erhard Neubert über diese Frage und der dann sagte er kann es bis heute nicht fassen dass eigentlich die nie an den 17. Juni gedacht haben aber es war so man hat einfach an den 17. Juni nicht aktiv gedacht und sich auch nicht aktiv darauf bezogen aber auf der anderen Seite denke ich schon dass die weit verbreitete Losung keine Gewalt die ja wirklich zentral gewesen ist gerade im Oktober 1989 vielleicht zumindest zum Teil auch etwas mit dieser Angst mit dieser traumatischen Erfahrung Sie haben ja auch diese Todesangst beschrieben die ja auch weitergegeben wurde und die man in der DDR auch gefühlt hat weil es auch ein Tabuthema gewesen ist und insofern denke ich dass vielleicht der 17. Juni den Leuten wenn sie es auch nicht bewusst gehabt haben schon in den Knochen gesessen hat um diese Metapher zu verwenden und schon auch mit eine Rolle gespielt hat wobei man auch nicht vergessen darf dass es natürlich auch neuere Erfahrungen gegeben hat es hat 68 in Prag gegeben es hat den das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens gegeben das hat natürlich auch alles eine Rolle gespielt Ungarn genau aber es könnte also diese Erfahrung des 17. Juni die ja auch in den Familien noch überall gewesen ist diese Angst und diese auch Todesnähe die viele erfahren haben an dem Tag die könnte auch noch mit eine Rolle gespielt haben Herr Töpfer Herr Dittmar haben Sie da als es dann zu den Ereignissen kam im Herbst 1989 haben Sie da eine Verbindung hergestellt zu 1953 oder war das für Sie was Neues Also ich kann Folgendes sagen ich wurde ja erwähnt ich war ja bei der Stasi-Unterlagenbehörde also in den mindestens 1000 Akten die ich hatte war überhaupt nie ein Bezug zum 17. Juni das war also offenbar nicht mehr nach den Jahren das Thema und und ja was ansonsten Ich habe den Mauerfall erlebt als 50-Jähriger oder 49-Jähriger und kann ihn bestätigen dass ich mein Handeln in diesen Tagen des Mauerfalls und auch schon vorher wo ich die Leute die nach Gethsemane Kirche saßen unterstützt aber mit dem was sie brauchten das kam mir nicht in dem Sinn aber ich wünschte dass es keine Wiederholung des 17. Junis gibt dass es jetzt erfolgreich sein wird dem entgegenstand aber das was kurz vorher auf dem Platz des himmlischen Friedens passiert war die existenzielle Angst dass die DDR die DDR Oberen in dem Augenblick wo ihr Staat ihnen entrinnt dann tatsächlich zum letzten Mittel greifen und Waffen gegen das aufmüpfige Volk einsetzen dass es dazu nicht gekommen ist ist bestimmt nicht unser Verdienst die auf der Straße demonstriert haben sondern ist zu sagen das sind die wenigen vernünftigen einsichtigen leute die an den schalthebeln der macht damals saßen und davon wirklich keinen gebrauch gemacht hatten sie hätten es können die 70.000 in leipzig hätte man zerstreuen können wenn man dort mit maschinenpistolen reinschießt aber dazu ist es nicht gekommen es ist sie nennen einen namen ich weigere mich einen bestimmten namen zu nennen er alleine war es bestimmt auch nicht sondern es war auch derjenige der einfach nicht an der bernauer straße einfach an diesem tag in dieser zeit in dieser stunde keinen befehl bekam wie er zu handeln hat und er hat in diesem moment nach seiner eigenen überzeugung gehandelt und hat gesagt ich werde es nicht schaffen diese 10.000 leute vor mir alle zu erschießen oder sie zurück zu drängen und hat dann die mauer dort geöffnet also kein dankeschön an diejenigen die an diesem tag benannt werden namentlich da will ich mich nicht daran beteiligen aber es hat welche gegeben verantwortungsträger die dann einmal verantwortung übernommen haben und sie getragen haben und das schlimmste verhindert haben an diesem Tag und dann hat sich das Volk Bahn gebrochen und es ist nicht zu Ungarn gekommen wo dann das Gemetzle durch die Besatzungstruppen passierte ja wir müssen auch daran erinnern dass am 17. Juni nicht wir beide übrig geblieben sind als lebende sondern es sind mindestens 55 menschen erschossen wurden jetzt auch nachträglich nach dem 17. Juni in den Prozessen mit sofortiger Hinrichtung einen will ich hier noch nennen weil er mir mit Jena besonders nahe gegangen ist das ist Alfred Diener ein relativ junger Mann 29 Jahre alt der eigentlich kein Streikführer an diesem Tag in Jena war aber standrechtlich am folgenden Tag erschossen wurde in Weimar im Präsidium der russischen Besatzungstruppen in Weimar was hat der Mann davon was haben die vielen die nach Verurteilung nach Vokuta geschickt wurden nicht zur Erholung sondern in diesem schlimmen Lage des Polarkreises auch auch der Alfred Diener ist durch die russische Militär Generalstaatsanwaltschaft rehabilitiert wurden das heißt sein Urteil sein Todesurteil ist als ein Unrechtsurteil von den Tätern selber von der Täterseite akzeptiert wurden aber davon hat er nichts er ist ein Opfer dieses Tages geworden auf dem Weg zur Wiedervereinigung unseres Lötschans Vielen Dank Herr Töpfer dass Sie auch noch mal darauf aufmerksam machten dass es Todesopfer gegeben hat sowohl während des Aufstands selbst als auch in den Prozessen danach Ich würde noch ganz gerne ergänzen zu Ihrer Frage wer eine Verbindung hergestellt hat zwischen 1953 17. Juni und 1989 war das Ministerium für Staatssicherheit also die andere Seite als Erich Mielke im September 1989 seine Mitarbeiter fragte ist es so dass morgen der 17. Juni ausbricht also für das Ministerium für Staatssicherheit die das ja nicht verhindert hatten 36 Jahre vorher war dieses Ereignis eine traumatische Erfahrung ein Schock und umgekehrt natürlich für die Bevölkerung die erleben musste dass dieser Aufstand niedergewalt wird gewaltsam ebenfalls Ja ich denke das ist ein ganz guter Abschluss dass wir nochmal diese Brücke vielleicht nicht in die Gegenwart geschlagen haben aber zumindest in das Ende der DDR ich möchte mich ganz gern bedanken ganz herzlich beim Podium bei Manfred Dittmar bei Günther Töpfer und bei Udo Grashoff und ich möchte Sie noch aufmerksam machen Ja verdient verdienter Applaus und ich möchte Sie aufmerksam machen auf die nächste Veranstaltung in der Reihe Zeitzeugen Perspektiven das noch ein bisschen hin aber wenn Sie möchten können Sie sich das ja schon mal in den Kalender schreiben am 14 November wieder ein Dienstag um 18 Uhr wieder die friedliche Revolution 1989 biografische Erfahrungen und aktuelle Bezüge da können Sie sich wieder hier zusammenkommen oder auch an den Bildschirmen an einer Diskussion teilnehmen damit möchte ich mich verabschieden ich danke Ihnen für Ihr Kommen für Ihre Fragen und wünsche Ihnen einen guten Heimweg und einen schönen Abend auf Wiedersehen und einen schönen Abend und einen schönen Abend